Hey, ich bin ein Steirer-Bur. Siehst du den Zeilenbeginn? Ja, die verhexte Biene ist wieder zurück und bringt uns ein B-Vorzeichen. Und außerdem ist dir sicher schon der weitere gelbe Bereich aufgefallen. Ein Punkt unter einer Note bedeutet übrigens, dass sie kürzer gespielt wird. Das ist ein besonderes Merkmal der Volksmusik. Dieses Lied steht übrigens im Dreivierteltakt. Das heißt, Dreiviertelnoten oder Noten im Wert von Dreiviertelnoten stehen in jedem Takt. So, genug geplappert, los geht's! Eins, zwei, drei, eins und... ! ! ! ! ! ! Musik Musik Musik